Oh. Das ist jetzt der Polizist. Ja, es ist er! Tata-ta-ta! Es ist es, mein Gott! Ich möchte nur kurz daran erinnern, dass... Das ist der Poff von dir eigentlich! Hallo, hier ist Leon. Und Papa Thomas von... Lulu und Leon von Semmeln-Film. Ihr seht schon wahrscheinlich, was ich heute machen wollte. Ihr habt das letztes Mal ja gesehen. Beim letzten Playmobil Figures bei den Blindbacks, da hatten wir zwei doppelt. Da hatte Leon beide doppelt. Und heute hatten wir zwei aus der 8er Serie, zwei aus der 11er Serie und eins aus der 10er Serie. Und ja, wir hatten eine kleine Abmachung, deswegen hat Leon sich fünf Blindbacks verdient. Ja und jetzt wollen wir mal schauen, wir haben ein bisschen gefühlt eben, Toys da ist, ob das, dass wir nicht zum Beispiel wieder den, wo ist er jetzt drauf, hier, den Leon da sitzt. Hier, den hier, den Fußballfan mit dem blauen Hahn, den wollten wir jetzt nicht unbedingt noch mal haben. Oder hier den. Ob es was gebracht hat, weiß ich nicht. Schauen wir uns jetzt mal an. Fängst du an? Nee, du, dann vermag ich. Gut. Fange ich mal an. Und das ist, wo ist denn das? Ach, dieser Ritter da mit den Hörnern auf dem Held. Das ist ich glaube auch genau, das ist der mit den Hörnern auf dem Held. Geil, der hat eine Axt. Der Wikinger ist das. Der, der hat zwei doppelt. Nee, stimmt gar nicht. Der hat zwei doppelt. Den bauen wir mal gerade zusammen. Ihr habt doch wahrscheinlich gedacht, dass das hier eine Frau ist, weil ihr die Haare gewinnt habt. Nochmals wegen den langen Haaren. Das ist ja meine Paradedisziplin. Mama, was ist das hier? Ein Zell und ein Bär. So, Nummer eins ist fertig. Das ist der Wikinger. Der sieht schon mal richtig super aus. Jetzt kommt die nächste Tüte. Welche Serie ist das? Elf. Elf. Die neueste. Wenn dann schon was. Also, ihr könnt es uns auch in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon was. Wenn wir hier Elf hast. Wir sehen. Ja, der Leuchtemann. Wow. Den wolltest du unbedingt auch. Oh, der haben wir ja richtig gefühlt. Oh, Mama, du bist. Oh, ich hab. Vielleicht hat auch Papa richtig gefühlt. Ich glaube, das ist das. Ich hab euch nicht gefühlt, Mama. Natürlich. Ach, ach, geil. Der Leuchtemann. So, letztes Mal war Leon so schwer enttäuscht und dieses Mal ist er jetzt schon übrig. Ja. Und der hat sogar hier den Mantel. Das ist das große Rätsel. Wir können ja mal eine Quizfrage machen. Wer ist Herr Paschke? Fragt doch mal eure Eltern, ob die Herrn Paschke kennen. Kommissar Paschke. Es ist ein Polizist. Genau. Aber der hat keine Uniform an. Und der sieht ja wirklich toll aus. Sollen wir das am Ende des Videos eigentlich testen, ob der wirklich leuchtet? Können wir ja. Tüte Nummer 3. Das ist die 10er Serie, ne? Das ist die 10er Serie. Ja. Das ist die 10er Serie. Es ist ein Geist. Das passt ja super. Wie ist das denn? Mit der mit den langen Beinen. Ach, den hörste, den wolltest du auch haben, ne? Ja. Boah. Das ist der Mist. Der soll auch leuchten. Das passt ja super. Meine Mutti, was habe ich gut gefühlt. Das sind die... Heute ist ein Video in einem nämlich. Das passt doch super. Letztes Mal so enttäuscht gewesen und dieses Mal passt es, ne? Das ist... Der ist auch nice. Alles nice, ne? Der ist weiß, ne? Weiß und nice. Weiß und nice. Oh. Oh. Du meinst, ich muss den Inhang. Der Inhang will ich heißen. Da muss so locker drauf kommen. Ich bin auch ein Geist. Aber ich weiß schon jetzt, dass er leuchtet. So, wie soll ich das? Ja, ich musste ja unter den Tisch krabbeln, damit ich die Leuchte habe. Wirst du es machen? Nein, das machen wir gleich. Ich hab da schon... Geil. Das ist alles schon mein Schuss. So. Nummer 3 ist fertig. Jetzt darf ich auch mal wieder was tun. Jetzt bin ich... Oh. Nummer 3 ist fertig. Ein Kopf wird größer. Jetzt komm ich mit der Nummer 4 und das ist wieder Serie 11. Das willst du ja eigentlich noch... Den Mann. Den Bauarbeiter. Den Bauarbeiter. Stimmt, den haben wir gesucht. Und? Oh nein, und? Das ist der Bauarbeiter. Das ist der... Der alte Mann mit dem Bart. Mit dem... Ja, der hier. Den finde ich auch nice. Habe ich euch gar nicht zu sagen. Ja, solange du den nice findest. Das ist ja alles im Lacken. Ja. Jetzt haben wir den Monsieur hier auch fertig. Mit dem Schnurrbart. Und jetzt kommt es drauf an. Leons letzte Tüte. Also er ist ja nichts doppelt. Keine Figur, die er jetzt auch hier schon hat. Schauen wir mal. Die Spannung steigt. Die Spannung wird immer... Ich war richtig Angst, dass die nicht passen eigentlich. Warum soll ich dich damit geschehen? Oh, 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 oh. Wenn das jetzt noch der Polizist... Es ist er. Es ist er. Mein Gott. Ich möchte nur kurz dran... Ah, das ist der Postpony rein. Dass ich beim Fühlen gesagt habe, ich glaube, ich habe die Kelle. Und das war's jetzt. Das war's ja. Na, dann bau den mal schnell auf, deinen kleinen Polizistenfreund. So. So. Und? Sag mal her, ist das denn besonderer? Ja, der hat eine ordentliche Wumme dabei. Und hat eine Kelle. Der hält immer den Verkehr auf, ne? Oder an. So, ich glaube, jetzt haben wir keinen enttäuschten Leon mehr, sondern glücklichen Leon, ne? Das glaube ich. Er sieht zumindest so aus, ne? Jetzt gucken wir gleich noch, ob die beiden Kasper hier drüben auf der Seite, ob die auch leuchten. Ja, und dann ansonsten würden wir sagen... Bis zum nächsten Mal. Schreibt doch mal, ob ihr die Playmobil Blindbags, heißen sie ja, mit den Playmobil Figures, ob ihr die auch cool findet. Leon findet die, wie ihr hier seht, sehr cool. Und dann... Das Wut des Tages. Ja, nice. Das sagen sie in der Schule alle. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen. Daumen. Und vergesst nicht. Dann kann man auf 2 abonnieren. Hier unten auf dem Backen. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch an die Seiten. Tschüss. 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 Vielen Dank.